Hartes Regime. Da ist noch ein, äh, wie heißt das Ding? Ein Animus-Scherbe. Die muss ich mir noch holen. Was ist denn das? Oh, ne, ich sag mir jetzt nicht, ich kann den ganzen Weg nochmal machen. Doch. Na los. Und hoch. Und weiter, 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 weiter. Halli-Op. Miee-Op. Miee-Op. Hoch mit dir. Äh, 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 nein, ich will nicht angreifen. Hoch. Moment, ich will. Okay, von mir aus. Gau-Feng is dead, Sifu. As is Ma Yong-Cheng. The Butcher. Good. Our plan worked. Who's next? Patience, sister. We must move carefully. Zhang Yong and his tigers control the Empire now. He is down two tigers after tonight. Gau-Feng did not have the box. I did not retrieve it in time. Worry not, young one. We knew that was a risk. To allow yourself to be captured without the box would have meant certain death. We will get it back. Maybe the Templars will even lead us to the missing piece. Perhaps. But now I'm afraid we have just given our enemies a dangerous weapon. Take some rest, little sister. Together, we will free our land from the Templars and their pawns. Zhang Yong and his tigers. We will rebuild our Brotherhood. What? Huh? 780 in the fall. Okay. Schade. Erweitered Sadler-Auge. Unter der Decke hängen. Na, endlich. Bewege hell. Also, na, endlich. Um meine Reaktion kurz zu erklären. Ich habe das in einem Trailer gesehen, dass man sich an der Decke hangeln kann. Und ich habe mich gefragt, wieso kann ich das jetzt nicht? Ouch. Jetzt bin ich an den Tisch gekommen. Bewege L, um die Assassinen nach rechts oder links zu bewegen. Drücke B, um dich von einer Plattform herabzulassen. Drücke X oder Y, wenn eine Tat verfügbar ist. Halte L, T gedrückt, um dich unter die Decke zu hängen. Left trigger. Macau. Mein Tag ist ein beruflicher Port. Nach Nacht ist ein Hub für die Templars, um die, die sie in die Schlauheit schützen. Ich habe die Schlauheit geschützt. Ich habe die Box, Xiaozhu. Es ist in der possession von Yu Da-Yong, einer von Zhang Yong's Tigers, der one they call the Slaver. So he is responsible for this cruelty. I shall pay him a visit. Tread lightly, sister. The Templars are searching all ships and cargo. They are looking for us now. I know you can kill these lesser men with ease, but I would suggest you remain invisible. A ghost, until you find your target. Das empfehle ich auch. Der Hafen, 1526, Macau. Shanjun macht sich auf die Jagd nach ihrem nächsten Ziel. Yu Da-Yong. Übersetzt es mal auf Englisch. Yu Da-Yong. Du stirbst, Jun. Passt irgendwie. Um zur Festung der Tiger zu gelangen, Tiger, sorry. Um zur Festung der Tiger zu gelangen, muss sie an den Templars Schergen vorbei, die dir von... Die dir... Die, die von Anker liegenden Schiffe durchsuchen und im Hafen patrouillieren. Verbesserte Gesundheit, mehr Knallkörper, erweiterte Helixbalken, die die drei Templar informant und töten. Da glückten Spaß. Wie sieht es aus mit der Karte? Habe ich da schon was? Ja, es ist schon alles frei. Aha, aber es ist noch kein Dings angezeichnet. Da. Da. Nur die Missionen sind angezeichnet. Sonst nichts. Ich würde mal sagen, ich muss irgendwo ganz weit nach oben. Irgendwo ganz weit nach oben. Da, würde ich mal sagen. Oder da. Moment. Sorry, kann ich irgendwie dort hoch? Nein. Der Hintergrund sieht geil aus. Merke ich gerade. Portugiesische Schiffe. Oh, das ist Wasser. Oh, das ist Wasser. Alle, das zeigt an. Kann ich da hoch? Komm schon. Ich muss irgendwie zum Sektionspunkt. Alter. Aufhören, geh weg. Ja, ich denke auch. Äh, nicht gut. Warte, in Deckung. Aber so ist es umso besser, weil wenn er dann zurückgeht, kann ich ihn umbringen. Was für ein Bug. Ich will mich nur noch kurz mal nachschauen, ob da irgendetwas... Hallo? Achso. Da oben durch. Okay. Ist da irgendetwas, was ich mir holen kann? Sieht nichts aus. Äh, hallo? So. Silber. Sei doch ein bisschen nachsichtig mit mir. Woho. Hä? Hm, okay. Da kann ich nicht lang. Auf die andere Seite? Nope. Sorry, Leute. Musste sein. Und looten und leveln. Hallo? Und looten und leveln. Woho. Woho. Was? Ein Gold. Na, eigentlich. Das Deck des chinesischen Kriegsschiffes erreichen. Okay, das ist also die Mission. Ähm, das hier warte ich. Huch. Jetzt wird mir alles angezeigt. Warte mal, stopp. Wo sind denn die Nebenmissionen? Eins, zwei. Eins, zwei. Seht ihr die drei? Ich seh sie nicht. Da ist der Aussichtspunkt. Heilige. Bambus flying. Ein Eins, zwei. Das war's für heute. So... Mann, bin ich blöd. Mann, Alter. Ich nahu mal. Jetzt laufen die wieder ihre Patrouille ab. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Ah, da durch. Okay, okay. Und dann muss ich von einem Ort zum anderen springen? Toll. Hm, da ist noch eine Truhe. Im Alter von 13 Jahren stieg Xiaojun wegen ihrer Talente und Shengdengs Zuneigung zu kaiserlichen Konkubinen auf. Sie war gemeinsam mit einem Mädchen namens Zhang, die ihre beste Freundin war, im Begriff, zur Gefährtin des Kaisers oder sogar zur Kaiserin zu werden. Und das, obwohl Xiaojun bis dahin niemals das Bett mit ihrem Kaiser geteilt hatte, denn dieser bevorzugte die intime Gesellschaft von Prostituierten und anderen Damen. Der Kaiser sah sich selbst als Kriegsheer und zog nach Norden, um dort gegen die Mongolen zu kämpfen, die regelmäßig zu Raubzügen auf chinesischen Territorien vordrangen. Xiaojun war einer der wenigen Konkubinen, die er mit auf seine Reise nahm, wo sie ihm als Spion diente und schließlich auch für seine Privatvergnügen zuständig war. Ach, wie mir diese lexhaften Geist gehen. Warte. Warte. Wacht? Hallo. So, hoch mit dir. Okay, der bewegt sich nicht da. Keine Route. Ich muss seine Aufmerksamkeit bekommen. Wie ist das denn? Mhm. Schau runter. Genau, so ist es fein. Dreh dich um. Ah, nee, du nicht. Oh ja, so, genau. Puh. Oh, 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 oh. Nee, da gibt's keinen Durchweg. So. Huch, was ist denn das im Hintergrund? Oh Gott. So, die Karte ist jetzt synchronisiert. Äh, Zoom. Hallo? So, nein, hallo? Da war wirklich tatsächlich so gut wie gar nichts. Und die ist eine Schatztruhe, und die habe ich mir, glaube ich, geholt. Ja. Oh Gott, ja. Ich versuche es. Ah, gut. Da. Huch. Glück gehabt. Jens. Äh, nein, falscher Knopf! Raus! Das haben wir da hin, muss ich. Okay, geschafft. Sehr schön. Da kann ich nicht hochklettern, toll. Oh, nein, noch nicht, warte. Manu, Alter. Mist. Töne Spinning. Land. Da. Aberster. Na. Da. Welt.